Herzlich Willkommen zurück Ja herzlich Willkommen Was machen wir denn jetzt? Ich hab keine Ahnung Sind die weg? Ich seh's nicht mehr Wie viel Steine und so, sonst könnten wir schnell ein Feuer auf der kleinen Insel da drüben machen Das sollten wir so ein Notfeuer haben, damit wir wenigstens nicht erfrieren oder so Sind die noch in unserem Haus drüben? Einer ist im Haus, ja, aber die anderen sind irgendwie weg Den einen machen wir fertig Wie kommen die jetzt eigentlich alle in unser Haus? Oh, der fängt an zu brennen, sehr schön Ah, das sind zwei Nein, ne hilft Moni Die werfen Molotov Cocktails Den, ich muss auf Nummer sicher gehen Oh shit, Alter, ne okay mit dem Das muss glaube ich reichen Na Nein, ich will doch nicht das neck, ich will das reparieren Wie repariert man das diese Scheiß? Die ganze Zeit eh drauf drücken Ne, dann nehme ich ja die ganze Zeit die ganzen Sachen Ich repariere grad alles Ah, jetzt fehlt mir das Baumharz Meine Güte Oh ne, immer noch welche da Das kann's doch nicht sein, oder? Ganz ehrlich Weil du ja keinen beschissenen Hasen Äh, killt hast Hab ich, aber Den hab ich doch gleich reingebaut gehabt Wie viele sind denn da noch? Zwei Schlüge Achso, du hast schon was Ja, aber ich hab kein Fell Das war ein Problem Echt problematisch ey, das sind jetzt so viele Ja Ja, also langsam kann man echt sagen Äh, es wird schwer Alter, es sind eins, zwei, drei, vier Achtung, Molo Oh Nein, unser Bett brennt jetzt nicht, oder? Ne Gott sei Dank Das kann nicht kaputt gehen Das macht zum Glück, glaub ich, keinen Schaden gegen die Ich wollte da Da ist ne Frau mit Klatze Ich hab so das Gefühl, wir müssen weiter ins Wasser bauen Molo Ins Wasser Platsch Verkackt Also bei mir geht's mit Hunger trinken und Leben Ich würd fast Bei mir geht's auch Wie viel Sticks hast du, warte Ich hab, ich hab, Sticks hätte ich genug, Rocks hätte ich auch Ich hab, ich hab vier Sticks und ich hab fünf Rocks Das müsste reichen Komm, fahr auf die Insel und machen wir uns ne Feuer Was bringt uns das Feuer? Damit wir nicht erfrieren, die Nacht über Das will ich hier früher nicht Frisst du? Ne, noch nicht, aber Aber vielleicht hauen sie dann ab, weißt du? Fahr mal ein bisschen weg da Vielleicht hauen sie nochmal ab Ja Da auf die Insel vielleicht Da auch links Links von dir Weißt du, wenn wir nicht da sind, vielleicht gehen sie einfach weiter Ja Rechts, rechts die Insel, glaub ich, gemeint Da Rechts von uns Da Ach, da wären auch noch Rocks, das ist ganz gut Kann ich keine mehr Oder können wir ein Shelter bauen, wie viele Sticks haben wir denn? Nicht genug Wahrscheinlich nicht, ich hab eins Ich hab sieben Sticks, du? Ich hab vier Und wie viel brauchen wir? 14, glaub ich, bei uns also Also insgesamt haben wir elf 14 brauchen wir Scheiße Mist Alter, bei einem Lock Kevin steht da grad echt 824 Und was? Steht das bei dir auch? Lock Kevin 82 plus steht da bei mir Ah ja, 82 plus Das plus sieht aus wie eine 4 bei mir Das will er hart können So Sollen wir mal wieder Es sieht ruhiger aus Okay, jetzt brauchen wir unbedingt nur noch ein Hasenfell Das schaffen wir hoffentlich dann noch Da hinten laufen sie Ich seh sie Ganz da hinten Alter, jetzt kannst du schon langsam Tag werden, ne? Schon ganz schön zum Kotzen Wo ist denn der Mond? Oh ja, ist der Tag Ah, das Hotel Ach, wie schön Ja Aber trotzdem, es war ja vorhin auch tagsüber schon so die Gaudi, ne? Ja krass, ja Weil nur noch kämpfen hab ich eigentlich keinen Bock drauf Ist ja voll kacke Ja gut, aber wie viele Nächte haben wir jetzt schon überlebt, ne? Vielleicht haben wir ein bisschen lang gebraucht fürs Bauen Weil wir ja die ersten Texte oder sieben Nächte haben wir ja schon Ja, weil wir haben es schon Wir haben schon echt Alter, die Tür ist offen Warum? Okay, hier ist keiner mehr, das ist schon mal gut Komm, such mal nen Hasen Komm, wir jagen jetzt nen Hasen Unbedingt Ich kann keine Knochen mehr fliegen Genau, mein Amor ist hier, seh ich grad Ahja Ich brauch paar Ich brauch paar Knochen Knochen ist in unserem Haus drin, ziemlich viele sogar So, jetzt pass auf Inventory Da, da, die haben da schon wieder nen Tod dem hingebaut bei uns, ne? Komm, mach ich gleich kaputt Ach soo ist das Interessant Hm? Interessant, interessant Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Frennt ist nicht gescheitest, der scheißvoll Die Rüstung kannst du öfter herstellen Und da füllt sich Da immer dein Rüstung Und da rechts unten Füllt sich dann immer die gelbe Balken auf Wenn du nur einmal, wenn du nur einmal die Rüstung machst Dann hast du halt nur so eine Armschiene Das musst du immer und immer wieder machen Damit du immer mehr hast Wie seh ich jetzt aus? Ah, okay Wie bist denn du? Moment Hey, du warst ja noch da drin? Ich hab' ich gar nicht gesehen Hör mich an Oh ja, jetzt hast du nen Brustpanzer auch Ah wunderbar Ich repariere mal den Ach kacke Kannst du den reparieren? Wenn du hingehst Das sind nur so Harz-Anzeigen So ein ganz kleines E Und dann musst du immer E drücken Nicht nehmen, sondern Ja ne, ich nehm' eigentlich nur die ganzen Sachen dann auf Ja, du musst doch immer auf die Seite Dann musst du ein Harz-Zeichen sein Dann musst du immer E drücken Ja Jetzt hat er Jetzt hast du unser Boot weggeschoben Ups Wunderbar, gut Weil ich hab' doch irgendwelche Snacks jetzt aufgenommen Weil ich hab' keinen Platz mehr Ja, propos Snacks Die würde ich gern mal Ich hab' noch paar Snacks Die würde ich gern da reintun eigentlich Dann tu' was raus? Ähm Ich tu' mal das komische Alkohol-Scheiß raus Aber geht nicht Weil ich hab' Voll Alkohol Na egal Na komm, wir jagen jetzt nen Scheißhasen Muss sein Und vielleicht ein paar Federn oder so Ähm Du scheiße Das kann's doch nicht sein Ganz ehrlich Jeder für sich oder zusammen Hasen jagen Oder schauen wir mal bei den Fallen Vielleicht ist ja was reingelaufen Vielleicht haben wir ja mal Glück Ja Alter, ich hab' Hunger Ich kann doch nicht loslaufen Clothing Bonearmor ausbreiten Six Bones und drei Okay Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wir brauchen dann wieder Sticks für Feuer ne Denkt dran Bevor wir vielleicht ähm So was trinken noch Bevor wir dann Bevor die Nacht einbricht vielleicht Wär vielleicht ganz hilfreich Wir könnten jetzt speichern Am Zelt, oder? Zelt, ja Ach, da oben steht das Oh mein Gott Ich hab' immer reingeguckt Weißt du, so unten Hä, hä Da oben Okay Ja, ne Speicher mal, ne? Jo Da liegt wieder ne Leuchtfackel Und Medizin Ist ja geil Und ne Sneakers Alter, warum liegt hier so viel Zeug? Ist ja geil Und ein Topf Nice Ja gut, Topf haben wir Ui, wenn ich da vorhin war, war nix da Mann Ist ja nice Ah, da ist wieder ein Totem Lol, Alter Da ist auch ein Totem Das ist ein ekliges Totem Bei mir ist kein Totem Ich schwöre bei mir ist wieder kein Totem Naja, ich kill einfach mal da Achso, das bestand aus einem Bein Und hier liegt auch nochmal ein Totem bei mir Ich hör's blutsch, blutsch, ist aber nix da Da oben ist wieder ein Ey, die Totems sind ganz cool, weil da ist nochmal Kleidungsstücke drauf, da war das Alkohol drin Ich weiß nicht Ich hab's aber nachgeguckt, ne Aber ich weiß nicht, ob es bringt, Totems gegen die zu verwenden Also wenn wir irgendwo Totems aufbauen, ob das die abschreckt Naja, ich bezweifle es, weil die haben Hunger auf uns Naja gut, aber die Totems bestehen ja aus deren Leichenteile, weißt du Und ich mein, wenn die schon so intelligent sind, um Tennisbälle anzuzünden und auf uns zu werfen Na gut, jetzt wo du sagst Das kann doch nicht sein Ich hab die ganze Zeit essig was und zack, hab wieder Hunger Immer normal So, also ich bin jetzt gestärkt, ich würde jetzt losrennen, um Hasen zu finden Ja, wie viel Knochenrüstung hab ich jetzt? Äh, Alter, du hast nur das Gesicht Du hast so nen Totenschädel Cool Alter, sieht das geil aus Alter, ich hab nur die Hälfte voll, ne? Könnte immer noch extrem viel Alter, du hast nen Totenschädel aufm Kopf, Alter Also so nen Maske Totenmaske Glaubst du? Die erkennen dann einen, wenn man so sollst Jaja, ich glaub schon Okay, schade Sonst könnte man ja sagen so, ah, ich hörts euch, ja Komm, lass uns mal lieber ein bisschen zusammen rumlaufen Okay, in der Falle ist nichts Ey, das kann's doch nicht sein Warte, ich muss mal ganz kurz schnell was essen In beiden Fallen ist nichts Mitten im Wald Das ist doch nicht normal, oder? Das ist für mich unbegreiflich Kann ich da was ran tun? Ja Ich hab's gut Alter, wie so schön ist denn jetzt fertig Alter, ich bin im Wald und da hör ich wieder die Schreie Mitten am Tag, jetzt kann's doch nicht sein Ja, es wird langsam ein bisschen zu, äh, wie soll ich sagen Ja gut, aber das Ja gut, aber Klar, wir würden gern weiter bauen und bauen und bauen Aber es Nacht um Nacht soll es ja schlimmer werden, ne? Naja Also wir müssen jetzt echt die Mauer fertig kriegen Oder einfach das Bett Weil Bett kann man einfach auch mal die Nächte verschlafen, sag ich mal Ja gut, aber Tags sind sie ja auch mittlerweile ziemlich da, ne? Ja, aber Das Bett wäre mir grad ein bisschen Ja, mir wäre grad ein bisschen das Bett wichtiger Dann können wir wenigstens mal Ja Das ist nicht so schlimm am Tag Und? Also ich glaub fallen Fallen müssen wir vielleicht echt mal bauen Ja, lass uns erst mal das Bett fertig bauen Brauchen wir ja nur noch ein was Und dann gucken wir mal, dass wir die Die Defensive Wall fertig kriegen Und das muss tiefer ins Wasser Weil die kommen ja irgendwie rum anscheinend, ne? Warte, ich hab davor Die letzten sechs Folgen war das nicht so Und jetzt plötzlich Ja Komm, wir müssen echt, du verdrittst wieder den kompletten Tag Nein, ich musste noch schon was essen, so Oh, ein scheiß Hasen Es kann doch nicht sein, dass hier keine Hasen sind Die Fallen hast du schon abgecheckt, ne? Ja, da ist nix drin Das ist echt lächerlich eigentlich Warte, ich schau ein bisschen nach rechts Da waren vorher immer welche Mitten im Wald, weißt du? Guck mal mit mir mit Weil da hinten waren meistens nur ein paar Hasen Ja, da sind sie ja schon wieder Ach, verpisst euch doch Da sind Totems Warte, ich versuch dir das mal nicht anzu... Warte, ich versuch mal den Stein zu werfen Lulfliebereite Ähm, ja Oh shit. Oh shit x4 Oh shit x3 Oh shit x4 Oh shit x4 Oh shit x4 Was ist das hier? Ja. Ach das ist ne. Warum, kommst du da auch durch? Ja Oh, das ist ne Höhle. L.U.S. Light. Oh, das sah so hell aus von draußen. Ich will raus. Nee, komm. Nee, 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 nee. Jetzt nicht. Jetzt, nicht jetzt. Jetzt können wir uns merken. Wir brauchen unbedingt nen Hasen, Mann. Ich zerstör hier mal. Die Toten hab ich schon zerstört. Clothes sind mal gut. Da war ein Lurch. Das wär auch schon mal was. Ja, Lurch. Kann auch nicht schaden. Da kannst du ja auch noch so ne Rüstung machen. Aber ich glaub, Knochenrüstung ist wohl am stärksten, oder? Das hasse ich immer so. Wenn du nach unten guckst, der schlägt normal. Und dann läuft der wieder weiter. Ey, das geht mir richtig auf den Keks, ey. Ich glaub, du musst länger auf der Maustaste drauf bleiben, dann tut er dann... Nee, da war ein Hase. Ja, da war ein Hase. Ich renn ihn schon hinterher. Da ist ein Lizard. Ich seh ihn nicht mehr. Wo ist der? Da ist der Hase. Da ist der Hase. Da ist ein Eingeborener. Aber ich renn trotzdem mit dem Hasen hinterher, okay. Ich hab ein bisschen Augen verloren. Wo ist der scheiß Hase? Hase. Ey, Mann! Der macht das immer erst... Der schlägt zweimal in der Luft so blöd, weißt du? Das Ficht liegt mir direkt zu Füßen. Und dann, wenn's wegläuft, haut er nach unten. Das kann's doch nicht sein. Der Scheiße, sowas. Ähm. Ich hab den Hasen verloren. Ich komm wieder ein bisschen zu dir, weil... Ja. Ich hab ihn! Der ist von mir! Das ist meine Location, ne? Übrigens. Stopper offline. Ah. Ja, ich hab ihn! Du hast ne Hasen? Ja. So, erstmal schön. Warte, vielleicht kann ich den auch nochmal nehmen. Das wär nice. Ah, ich kann nur Fleisch nehmen. Scheiße. Okay. Was ist das? Kann man das essen? Nee, ich glaub die sind glücklich, ne? Alter! 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 Hat die große Zinsen! Verdammt! Voller Mensch! Stirb! Scheiße! Bitch! Stirb! Ich glaub, die ist tot. Du stichst immer noch drauf ein. So ein Münchbär. Tick! Tick! Ah! Du hast mich voll erschrocken, du scheiße Witsche. So, jetzt erstmal zurückgehen jetzt. Ja, unbedingt. Äh, wo war unser Scheißhaus, ne? Fuck. Scheiße Zeit. Fuck, Alter. Komm, wir müssen einfach zum Strand und dann... Ja. Aber wenn wir unser Bett haben, dann wird's immer schon... Ja, dann wird's angezählt. Ach, ich glaub, ich seh den Baum. Ich glaub, das ist in der richtige Richtung. Ich ess hier erstmal jetzt die ganze... Nee, ich glaub, die sind nicht gut. Ja. Aber... Ich glaub, nur die blauen sind gut. Mehr nicht. Ah, okay. Gut. Darum hab ich halt so Schaden bekommen. Waren die jetzt grad blauen? Nee, die sind nicht blauen, ne? Sticks. Kannst du Sticks mitnehmen? Ich bin voll mit Sticks. Ich hab' das Scheiß-Bett zu Ende. Bitte. Hä? Du hast Wasser gekocht. Sehr schön. Nice. Hab' ich. Baud' das Scheiß-Bett zu Ende. Ah. Ich kann nur speichern. Ah ne, oh Gott. Ah, ne, oh Gott. Ah, Mann, 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 Mann. Speichere schonmal. Ja, hab' ich schon. Ach so, kann man das Wasser jetzt direkt trinken? Oder kann ich das hier runter nehmen? Nein, du kannst jetzt genau das gekochte Wasser trinken. Das trinkt der dann direkt. Also lass es drauf. Ja, das ist halt so. Okay. Komm, Bäume fällen. Ohne Ende. Bäume fällen, ja. Frag mich, ob er mit dem Geld irgendwie die Eingeborenen irgendwie bestechen kann. So, komm schon, du kämpfst für dich jetzt. Ich glaub, Geld hat für die keinen Wert, aber naja. Ich glaub, wir müssen eh wieder Schluss machen für die Folge, ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Oh, ich hab vergessen auf die Uhr zu schauen, aber ich glaub, das war ein Viertel vor circa. Könnt's sein, ja. Aber jetzt hat er keine Ausdauer, das kann's doch jetzt nicht sein. Aber das können wir uns merken, dass da glaub ich jetzt zwei Höhlen sind, wo wir runterklettern können und einen Spalt, wo wir rein können. Also da ist in der Nähe echt was, wo wir mal reingucken könnten. Aber ich wär jetzt dafür, dass wir erstmal die Mauern fertig machen. Ja. Und dann vielleicht noch... Also ich wär dafür, würdest mal bei unserem Häuslein vielleicht noch ein Dach drüber hauen. Dass wir nicht irgendwie mal reinspringen. Erstmal weiter ins Wasser. Ja, aber ja. Oh man, wir haben noch so viel vor uns. Oh ja. Schau mal, ob wir das überhaupt überleben, weil einmal bin ich ja schon gestorben. Aber du konntest mich nicht reanimieren. Jetzt, solange einer von uns überlebt, passt da alles. Ja, aber wie oft, vielleicht konntest du mich nur einmal reanimieren. Das kann ich jetzt nicht wissen, ne. Okay, na, das könnte schon sein, ja. Verdammt. Aber glaub ich nicht, weil deine Zeit ablief. Ich glaub das ist wirklich Zeit. Oh shit, Alter. Ich komm. Alter, während ein Baum fällt, Alter. Nur noch einer. Okay, 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 komm. Alter, scheiße, ich hab keine Ausdauer mehr. Äh, ich geh zum Haus zurück. Langsam. Ich komm mit, ich komm mit. Ich muss ein bisschen Ausdauer regenerieren. Alter. Während. Ich dem Ha... Also Tagsüber ist das echt scheiße mittlerweile. Das nervt mich, weil die Tagsüber sollten die so vielleicht ganz Einzelne sein. Aber sonst gar nicht. Ja komm, ähm, speichern mal, oder? Und dann, ähm, würde ich sagen, Folgenende. Ja. Wieder ein bisschen Cliffhanger. Okay, ähm. Eindringling jetzt. Danke fürs Zuschauen und... Alter. Ja. Äh, oh shit. Ja, äh, bis zur nächsten Folge. Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.